Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Wie nennt man einen epileptischen Weinbauern? Traubenzucker! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Nehmt ihn mit, erzählt an euren Freunden, euren Kollegen, um keinen zu verpassen. Abonniert meinen Kanal. Und ihr seid mit Sicherheit wieder dabei. Danke! Ciao!